Jo Leute, herzlich willkommen hier zurück beim 9. Part. Wir werden jetzt mal rüberlaufen zu den 109er Swings oder zu den 109er Mobs, die hier in der Pyra sind. Wir hatten ja in der 8. Folge den Boss oder das Boss-Mob, Level 110er Mob, von der Pyra hier gekloppt und haben da 5% für bekommen, was auf jeden Fall ziemlich geil war. So, und jetzt werde ich hier mal ein bisschen weiter leveln. Ich gucke jetzt hier gerade mal mit dem Adler, den könnte ich eigentlich auch mal weiter leveln. Der sammelt hier auch immer fleißig XP, dann machen wir das mal so. So, mal kurz Hingabe hier, ein bisschen mehr Angriff. Und dann werde ich den Adler jetzt auch mal gleich auf 100% machen, das dürfte eigentlich nicht so lange dauern. und dann werde ich mir entweder die % geben oder meiner Lilith, das weiß ich noch nicht. Ich denke mal, die werde ich der Lilith geben. Lilith, Lilith, ach, whatever. Die möchte ich nämlich gerne auf Level 5 bekommen, damit ich der hier dieses Farb-Amulett und die Farbkralle geben kann. Die hatte ich nämlich mal bekommen als Willkommen-Zurück-Geschenk, wo ich eine längere Zeit inaktiv war. Und, ja, das war dann halt dieses Geschenk, da war dann halt noch einiges so dabei, hier Verbandszeugs und so weiter und so fort. Und diese Lilith, natürlich, ich habe hier sogar noch Schokoladensammel-Box, obwohl das Event schon längst vorbei ist. Aber gut, was sollt. Ähm, ja. Sonst habe ich jetzt eigentlich nichts groß vorbereitet. Ich könnte mir jetzt vielleicht mal gerade in der Zeit, wo ich hier so ein bisschen Auto jetzt schlage, ein Thema rauszusuchen. Da ist ja im Moment auch so das Gespräch von, ähm, ja, von den USA, Nordkorea und so weiter. Könnte ich eigentlich jetzt mal gerade ein bisschen drüber labern. Und zwar ist da ja dieses, ähm, diese Krise da, wo dieser junge Schnüssel da in Nordkorea am, hey, wieso greift der denn jetzt den an? Willst du mich verarschen? Hallo? Den sollst du angreifen. Ähm, wo wie gesagt, der Minister oder der Chef oder, äh, oder der weiß ich nicht, wer da in, äh, Nordkorea übelstens aufstanden macht. Und, ja, Nordkorea und Südkorea liegen hier auf so einer kleinen Insel. Und, ja, da spitzt sich die Lage ja, wie gesagt, jetzt immer weiter zu Nordkorea. Da fährt da irgendwelche Atomraketen an die, äh, Ostküste oder sowas ähnliches. War da. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und wollen damit irgendwie ihre Macht demonstrieren. Und in Südkorea ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, diesen Psy, der auch den Hit Gangnam Style rausgebracht hat. Den sollte eigentlich jeder kennen. Denk ich war, der ist ja durch den Song weltberühmt geworden. Und der hat ja jetzt auch seine neue Single Gentleman rausgebracht. Wo wir jetzt einmal beim Thema Südkorea sind. Und hat die da auch veröffentlicht. Was dann halt die Stimmung ein bisschen auflockert, sage ich jetzt mal. In Südkorea. Und die USA hat sich da ja jetzt auch eingemischt. Da war ja jetzt auch letztens erst, äh, ein Bombenattentat, wo da zwei Bomben in die Luft gegangen sind. In Boston war das, glaube ich, nach dem Marathon. Beziehungsweise während eines Marathons. Also die ersten Sieger waren da schon durchs Ziel. Und, ähm, ja, da, wo die, noch ein paar Leute halt durchs Ziel gegangen sind, ist an der Ziellinie, äh, sind da zwei Sprengsätze, explodiert drei Tote und irgendwie 140 Verletzte oder so. Äh, ja. Ziemlich scheiße, sage ich mal. Also wer sowas macht, muss schon wirklich, äh, dumm im Kopf sein. Also nicht nur dumm im Kopf, sondern, äh, muss wirklich irgendwann mal bei der Geburt vom Baum gefallen sein oder so. Und, ja, da war auch ein achtjähriger Junge, der dann seinen Vater, also der Vater von dem ist da beim Marathon mitgelaufen. Und hat dann da, ähm, ja, sein Vater halt an der Ziellinie umarmt. Und ist dabei dann halt ums Leben gekommen. Also natürlich nicht bei der Umarmung, aber als der Sprengsatz dann explodierte, also der ging dann da zurück. Das war alles genau beschrieben. Das hatte ich mir mal bei Google News durchgelesen. Und ist dann da halt durch den Sprengsatz, äh, gestorben. Also finde ich ziemlich scheiße. Der war, glaube ich, acht oder so. Aber jetzt mal zurück zu dem, äh, Ganzen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt alles in Verbindung steht. Aber die Engländer gehen mal davon aus, dass es irgendein terroristischer, äh, Anschlag war, beziehungsweise ein Attentat. Sowas wie beim 11. September. Und haben dann auch gleich mal die, ähm, ja, die ganzen Vorkehrungen da verschärft und so weiter und so fort. Um das, ähm, wie die bauen da ja irgendwie jetzt so ein neues Hochhaus, was irgendwie so ähnlich ist wie das World Trade Center. Da haben sie dann auch direkt Helis hingeschickt, dass die da so ein bisschen aufpassen halt. Und, ja, halt alles verschärft, was nur ging. Was ja auch eigentlich richtig so ist. Und in Hamburg soll er jetzt auch, ich glaube, Anfang Mai, Ende April, irgendwie sowas, ist da ja auch wieder ein Marathon, der allerdings nicht abgeblasen wird, meinte der, ähm, Organisator, oder der, der das halt organisiert hat, den Marathon, der meinte, die wollen sich davon nicht einschüchtern lassen. Aber ich denke auch mal nicht, dass da irgendwas passiert. Beziehungsweise hoffe ich auch mal für die ganzen Leute da. Ich werde da natürlich nicht da sein, aber, ja, es wird auf jeden Fall, äh, da ein Marathon sein. So. Und das Ganze wird dann, wie gesagt, in April oder so stattfinden. So, ich wollte noch irgendwas ansprechen. Ach ja, genau, mit den USA, die hatten sich da ja jetzt auch eingemischt, bei dieser Krise da. Und zwar, ähm, hatte ja irgendwie, äh, ja, Nordkorea halt, wie gesagt, gedroht jedes Mal. Das ist jetzt, glaube ich, im Moment nicht mehr so angespannt, aber die haben halt da immer öfter wieder gedroht und gedroht und gedroht. Und Obama meinte dann, ja, die sollen damit aufhören, mit dieser Kriegshaltung. Das bringt ja sowieso nichts, wo er auch, äh, Recht hat. Da könnte ich ihm nur zustimmen. Und, ja, da hatte USA sich dann halt, wie gesagt, eingemischt und auch ein paar Soldaten, glaube ich, sogar ins Land da geschickt. Da standen dann, glaube ich, irgendwie, von Südkorea und USA standen da irgendwie insgesamt etwas über 27.000 Soldaten im Einsatz, falls da irgendwas passiert. Und, ja, jetzt im Moment bin ich ja eigentlich nicht mehr so auf dem neuesten Stand der Dinge. Da wird eigentlich jetzt im Moment nichts mehr berichtet, zumindest bei Google News nicht. Was ich eigentlich sehr schade finde. Ähm, sonst könnte ich ja drüber jetzt noch ein bisschen labern, aber da fehlen mir dann jetzt halt die genaueren Infos, die mir da jetzt leider nicht mehr einfallen. Ich kriege schon wieder ein Pappenroll. So, gerade mal was getrunken. Und, ähm, ja, das war jetzt eigentlich so das Thema, was ich dazu angesprochen haben wollte. Jetzt haben wir hier auch gleich schon unseren weisen, weisen, weisen Adler auf 100% und können entweder uns oder der Lilith die XP geben, aber ich glaube, wir geben die, der Lilith jetzt deutlich mehr nötig als wir. Wir sind ja jetzt hier bald schon Level 94, was ich sehr cool finde. So. hier noch solltet ihr dann eigentlich die Prozente haben. In der 10. Folge oder so werde ich dann, wie in der 8. schon erwähnt, dann die Gilde wahrscheinlich mit euch zusammen machen. Aber da werde ich dann vorher nochmal ein bisschen abwarten, ob ihr vielleicht irgendwelche Namen für die Gilde habt. Also ich will ja von meinem alten Ack, hat hier in der 8. Folge schon erzählt, für die, die die nicht erzählt gesehen haben, werde ich es dann jetzt nochmal kurz erläutern. Ich wollte ja von meinem alten Ack, da habe ich noch eine Gilde Level 8 offen, aber mit einem scheiß Namen, The Best of Cars heißt die nämlich. Aber da ja jetzt die ganzen Serverfusionen waren, hat man eine Gilden Umbenennungskarte bekommen, wo man die Gilde halt umbenennen kann. Und da würde ich die Gilde YouTube nennen oder We are YouTube, irgendwie sowas. Und dann halt mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie einen zweiten Charakter im Hintergrund weiterlevel. Also das Let's Play hier wird natürlich weitergehen mit dem Charakter hier, aber ob ich dann so nebenbei mal so einen kleinen Charakterhochlevel auf 5000 FP oder so farme und dann damit halt die Gilde immer so ein bisschen hochziehe. Das will ich natürlich jetzt nicht mit dem hier machen, weil die FP dafür natürlich zu schade sind, die würde ich jetzt hier für die Fähigkeiten haben. Ja, da bin ich dann halt am überlegen, ob sich das auch überhaupt lohnt, ob ihr überhaupt eine Gilde haben wollt mit mir zusammen oder nicht. Da wird die Anfrage, wie gesagt, wahrscheinlich nicht so groß sein, dass ihr jetzt alle in die Gilde wollt. Zumal die Videos ja in Anführungsstrichen 200 Aufrufe haben. Jetzt das letzte Video, was ich hochgeladen habe, das war Anfang März, also jetzt ungefähr über einen Monat her. Das hat jetzt 180 Aufrufe oder so, also das ist ja schon einiges immerhin. Und da wollte ich dann halt mal gelubschen und gucken, wie das so wird mit der Gilde. Da werde ich dann gleich nochmal gucken, nachdem ich hier fertig aufgenommen habe. So, ich wollte jetzt gerade mal den Weisenadler verwenden, an den Begleiter übertragen. Lillith, warte mal kurz, vorher möchte ich einfach mal gucken, wie viel Erfahrung die Lillith hatte. 7, okay. So, dann würde ich das jetzt so machen. 7% hat die jetzt. Dann mache ich das so. Übertragbare XP 388. Okay, und die braucht... Toll, kann ich jetzt gerade nicht sehen. Hä? Achso, ja, muss man ja mal warten, stimmt. Egal, dann mache ich das jetzt einfach mal eben. Ach, Quatsch. So, ein paar Begleiter übertragen. So. Okay. Gut, jetzt ist das weg. Jetzt müssen wir hier 10 Stunden warten, bis der wieder neue XP anfängt zu sammeln. Und so lange können wir dann eigentlich unsere Lillith, der Stürme leveln oder unseren Baby-Lego an. Weiß ich gar nicht genau, was wir jetzt als nächstes leveln. Ähm, okay. So, der bekommt jetzt hier keine XP, wenn ich den Mob jetzt hier gekillt habe. Genau. Das ist normal so, da muss ich jetzt erst ja 10 Stunden, äh, Online-Zeit machen. Hä, wieso backt er da jetzt drin? Gut. Ähm, ich wollte ja hier mal beschwören. Ähm, muss ich noch 180 Kunden warten. Gut, dann warten wir halt noch so lange. Und dann zeige ich mal kurz, wie viel XP die bekommen hat, bekommt, whatever. Dürfte eigentlich nicht so lange dauern und dann werde ich ein Part hier auch schon wieder beenden. Haben wir eigentlich schon wieder so ein paar XP gemacht. Geht eigentlich ganz rasch. Oder? Ja, doch, so 4% haben wir wieder ungefähr gemacht. Ach, Wurzelwunder, den kenne ich noch. Den kenne ich noch von ganz Anfang von Last Cars, wo ich angefangen habe. Den Namen auf jeden Fall. Ob das der gleiche ist, weiß ich natürlich nicht. Aber gut, Alter, die sind alle schon so hoch, so 120 und so. Äh, und wir gammeln hier noch auf Level 93 rum. Auch nicht so das wahre. Aber gut. So, ich werde jetzt hier noch kurz den Mob zu Ende kloppen. Vielleicht nochmal kurz Hingabe, damit wir hier ein bisschen mehr Angriff haben. Und ich frage mich die ganze Zeit, ich habe ja von, äh, Moraska habe ich ja hier diesen Trank, diese Heiltränke bekommen. Die kriegt man glaube ich nur in Moraska und ich frage mich jetzt, wie ich damals angekommen bin. Ich hatte die nämlich eigentlich nur gekauft, weil ich ja die eigentlich immer kaufen konnte. Oder gibt es die beim normalen Händler? Oh Gott, ich weiß es gar nicht, Freunde. Muss ich mal nachher gucken. Offscreen. Wo ich die Dinger damals herbekommen habe. Oder ob es die beim normalen Händler gibt. So, kann ich jetzt beschwören? Ja, kann ich. Oh, perfekt. 50% hat die bekommen durch unseren Adler. Ist ja schon mal immerhin etwas. Und wenn ich jetzt den Mob hier down habe, dann werde ich natürlich erstmal mit der Aufnahme aufhören. Und wir werden uns dann in der nächsten Aufnahme sehen. Ich gucke jetzt hier gerade noch mal. Ich habe hier noch Geschenke, beziehungsweise im Shoplager hatte ich hier noch ein Ritter-Hochzeit-Set und ein Schocken-Hochzeit-Set. Das war damals für einen Cash gab es das mal. Das war so eine Aktion bei Garmigo. Da konntest du deinen Rest-Cash loswerden. Das heißt, wenn du noch 12 Cash hattest oder so, konntest du jetzt voll von diesen Covern kaufen, die normalerweise eigentlich immer 200 kosten. Allerdings waren das alles nur Hochzeits-Dinger, aber da habe ich mir gesagt, komm, scheiß drauf. Immerhin hast du dann ein Cover für irgendwann, wenn du mal höher bist. und das hat sich jetzt eigentlich auch schon wirklich ausgezahlt. Ich habe jetzt hier immer noch einen übrig. Damals hatte ich mir irgendwie 4 Stück oder 5 Stück von den Dingern gekauft. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ja gut, die packen wir noch, die Swings. Aber dann müsste auch wirklich Schluss sein. so. Ja, und da hatte ich mir das halt gekauft. Jetzt brauche ich natürlich nur wieder Bücher der Verschmelzung. Die gibt es natürlich im 5er Pack. Allerdings weiß ich gerade gar nicht, wo. Müssen aber hier eigentlich irgendwo sein. Bücher der Verschmelzung. Eigentlich im Paket. Zumindest waren die früher immer im Paket. Gut, finde ich jetzt gerade nicht ähm ähm Charlottes Erweiterung. Avatar vielleicht hier. Ah doch, ne, hier das ist nur ein Buch der Verschmelzung. Da gab es aber auch Pakete, das weiß ich ganz genau. Ähm wechsel dich, genau hier. Ja, 500 Cashkosten, hier werden wir jetzt wieder 2800 durch den Gutschein von Gamigo. Und, ähm ja. Damit konnten wir uns das dann eigentlich kaufen. Ich war ja auch am überlegen, ob ich mir jetzt mal so ein 3er Pack wieder kaufe. Hier von diesen, äh, wenn man wieder eine 3 für 2 Aktion kommt, also dass sozusagen 3 Platinenschwertel nur 800 kosten, anstatt 1200. Und dann werde ich da wahrscheinlich mal zuschlagen. aber allerdings hätte ich mir noch wahrscheinlich Platin-Skills-Saber kaufen. Das weiß ich aber noch nicht so genau. Einsteiger-Basis-Pack. Was ist denn da drin? Okay, Echsen-Box. Wie kostet denn das? 1400. Aha. Okay. Aha. Ah, ja. Äh, ja. werde ich da mal Platin-Skillzauber kaufen. Mal sehen. Und dann sind wir jetzt hier auch gleich schon fertig. Ja, ich bin bei 41 Minuten. Und meine Hingabe läuft jetzt auch gleich aus. Das heißt, ich habe dann keinen Buff mehr. Müsste ich dann neu machen. Mache ich aber nicht, weil jetzt ist es sowieso. Zu Ende ist es dann aber 83%. Und in den nächsten Parts werde ich dann wahrscheinlich auch Level-Up werden. Ich weiß noch nicht, ob ich wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich mal irgendwelche Leute fragen, die ich noch in der FL habe, ob die mit mir vielleicht, ob die mir vielleicht 103er vorkloppen können. Dann hole ich mir eine Rufkarte. Und die kloppen wir die dann vor und machen wir die sozusagen Last-Hit. Ich tue am Platin-Skillzauber rein mit SP-Samen und dann, ja, sollte ich noch so ein paar FP machen. Und damit bin ich eigentlich jetzt hier am Ende der 9. Folge dürfte das sein angekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann... Alter, war da jetzt gerade ein Speed-Hacker? Ähm, lol. Das muss ich mir jetzt gleich aber mal auf der Aufnahme angucken. Das sah übelst nach Speed-Hack aus. So schnell wieder weg war. Naja, gut. Ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann werde ich da wahrscheinlich oder vielleicht die Gilden, die Gilde machen. Da ist er wieder, der Hacker. Oder ist das überhaupt ein Hacker? Ich weiß es gar nicht. Na, egal. Und da werde ich dann halt, ja, zum dritten Mal sage ich das jetzt, die Gilde machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Haut rein, Leute. Und tschüssi, Kowski.